Hallo zusammen, das ist Janos von The Connection. Im heutigen Video geht es um das Thema Frieden. Passend dazu ist das Friedenslicht in Zürich. Das ist gerade beim Birkirplatz. Wenn ihr ansehen wollt, ich weiss nicht wie lange es noch da ist, geht es vorbei, ist einmal im Jahr für ein paar Tage da. Als ich das Friedenslicht sah, habe ich mich gefragt, was Frieden für mich bedeutet. Weil Frieden ist ja etwas, was sehr individuell ist. Jeder sieht ja etwas anders, was eigentlich Frieden ist. Oder wie eine Gesellschaft oder Menschen zusammenleben sollten. Oder eben, wie man mit sich selbst in Frieden kommt. Und ich habe mich dann gefragt, ist Frieden wirklich das ultimative Ziel, das wir erreichen sollten, dass wir Frieden haben sollten? Zuerst möchte ich mal ein Beispiel bringen. Sagen wir, du bist geboren im Garten Eden. Mit deinen Kollegen, mit deinen liebsten Freunden und deiner Familie und deiner Freundin und all denen, die du willst. Und du lebst in Überfluss mit Ressourcen, mit Möglichkeiten. Du kannst nicht alles machen, kannst dich austoben. Es gibt nicht mal Geld, es gibt nicht mal eine Währung. Du kannst einfach machen, was du willst. Ist das für dich die Definition von Frieden? Sagen wir, du befindest dich im... Du lebst in der Natur. So, vielleicht hast du mal Avatar gesehen, solche Daystyle. Du lebst in der Natur, mit deinem Urvolk. Und wir tun jeden Abend zusammen musizieren, tanzen, gut essen. Wir haben es friedlich miteinander. Also ich finde, Frieden ist irgendwo einfach eine Emotion. Es ist ein Gefühl, das aber auch immer wieder vorbei geht. Es ist ein Gefühl, dass du dich grundsätzlich glücklich fühlst. Ich glaube, es ist wichtig, dass du Frieden mit dir selber machst. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das Video mache. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die wirklich Frieden mit sich selber gemacht haben. Und erst dann wirklich nach aussen schauen. Erst dann wirklich nach aussen Sachen verändern wollen, damit sie eine bessere Welt haben. Und das perfide Ganze ist ja, uns wird gar nicht gesagt, wie wir Frieden mit uns selber machen können. Darum auch, es gibt so ein gutes Zitat zu diesem Thema. Alles ist herausgefunden worden im Leben, ausser wie man leben sollte. Ich glaube, zu allem gibt es irgendwie Ratschläge und Lösungen, wie du das Thema angehen kannst oder erledigen kannst. Aber niemand, nicht mal deinem besten Freund, nicht mal irgendwie ein gescheites Buch. Niemand kann dir sagen, wie du das Leben hast. Und darum kann dir ja niemand sagen, was dich wieder in Frieden mit dir selber bringt. Das musst du selber herausfinden. Natürlich, ich würde jetzt nicht ausschliessen, dass die Leute gute Ratschläge geben können. Aber schlussendlich, Frieden in sich zu haben, ist ja ein Gefühl, ist eine Emotion. Und das ist sehr individuell. Wir haben alle unsere individuelle Lebensgeschichte. Und darum haben wir auch unser individuelles Wertesystem. Und auch unsere individuellen Filter im Leben, wie wir Sachen interpretieren. Wenn du dein Inneren von ihr gefunden hast, dann ist das etwas, das ist wie eine Flamme, wie die Flamme da hinten, die permanent brennt. Das heisst, du hast permanent Energie. Wenn du in den Flow hineinkommst, wenn du deinen eigenen Weg findest, dann geht es nicht mehr darum, dich zu motivieren. Das hast du einfach in dir hinein und es sprudelt aus dir heraus. Es ist unendlich viel Energie. Und dann stell dir mal vor, du hast das nicht und du willst die Welt verändern. Das wird ziemlich anstrengend. Also, das zu dem Thema. Ich z.B. viel meditieren. Oder was ich jetzt wieder entdeckt habe, ich mache viel Sport wieder. Oder ich treffe mich mit guten Leuten. Das sind alles Hilfsmittel, um mich wieder mehr in Frieden mit mir selber zu bringen. Aber das Wichtigste ist, dass du den Prozess alleine auch machen kannst. Dass du mit dir selber alleine auskommst. So wie du gerade bist. Also, du musst dich verlieren, um dich selber wieder zu finden. Um deinen Frieden wieder zu finden. Ich glaube, das ist alles, was ich zu diesem Thema jetzt gerade finde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drücken doch den Like-Button, drücken das Video weiterverbreiten. Kommentieren, was ihr auch immer wollt. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschö zusammen.